So, moin aus Hamburg. Ja, ich werde wohl heute doch zurückfahren. A, gibt es keinen Ersatzfahrer. B, kann meine Frau auch nicht so schnell kommen. Die ist mit dem Reisebus unterwegs, deswegen habe ich mich entschieden. Ich fahre heute doch leider zurück. Ihr seht, bestes Wetter. So, ich nutze jetzt einfach mal dieses Video, um Danke zu sagen. Mal wieder Danke zu sagen. Ich sage euch auch warum. Im Dezember letzten Jahres habe ich in Berlin meine 10.000 Follower bei Facebook geknackt. Und heute, in meiner Lieblingsstadt Hamburg, habe ich meine 12.000 Follower erreicht. Ich begrüße alle neuen Follower. Und ja, ich bin überwältigt. Es steigt alles. Das Instagram liege ich auch mittlerweile bei 3.200. Und ja, einfach Danke. Aber 12.000 Follower ist natürlich schon eine Hausnummer. Also, an alle Danke fürs Liken und Kommentieren. Und ich mache weiter so. Versprochen. Macht's gut. Tschüss.